Musik Aber die haben sich jetzt hier schier eingereiht. Ja, aber das ist das letzte Gewicht noch nicht gesprochen. Da kommt von außen der D zum Ausschweben. Da geht es noch. Kinderharten ist vor ihm vor dem Gegner raus. Was ist das denn? Er wird gut alles hammerhart noch. Lässt ein bisschen länger stehen. Die gehen da hinten ganz rein. Und zieht da hinten. Und das ist sensationell. Was für das schlugische Ding zu achten. Aber da kommt noch mal ein Grunde. Von innen. Da ist noch die letzte Messe nicht gewesen. Da kommt noch mal ein. Leicht Vorteile doch für Gott. Aber wahrt euch. Was ist das?